Ja, das treiben wir hier. Battle Royale. Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. So, wie immer. Wie immer. Ich stelle die Mut aus. Abort, wenn wir nicht so verschleiten. Der Weide springt über dem Gebiet, auf den Himmel ab. Ziel ist es markiert, an die Arbeit. Ich werde den anderen Seite überlaufen. Da ist nichts mehr drin. Ich gehe über die andere Seite. Rüben wir sind an der anderen Seite. Da ist noch eine Waffe. Da ist noch eine andere Seite. Da ist noch einer. Hoppen, hoppen, hoppen. Da ist noch einer. Die Treppe hoch. Das Waffen. Geh weg, geh weg, geh weg. Schritt weg. Hoppen. Claymore einsatzbereit. Kommt rein, kommt rein. Hat er einen Klemmert, oder ist das deine? Ich? Ja. Ich gehe weg mit einem Schild, verstehe ich. Ich habe mal über die Tür geschlagen. Sie kommen? Ja. Und er kommt über das Dach. Der ist rechts im Bad drin. Ja, ich höre ihn. Der zielt auf mich. Er läuft weg, weil ihr Schild habt. Ich hab's erwischt! Der Kollege Hobby. Der ist erledigt. Der andere ist drüben. Der ist runtergekupft. Wo ist denn? Der ist runtergekupft. Der kommt rein. Der kommt, der pusht. Bleib oben. Ich schau. Komm hoch. Der ist unten doch. Ja. Der kommt vor rechts! Der kommt vor rechts. Der wird von vorne, der, der. Der war bei uns. Der ist da ja reingucken, oder? Der ist jetzt der Kulak. Kämpfe um erneut eingesetzt zu werden. Der wird nie raus, oder? Ja, aber wie kann der reingucken? Der muss ja übertreppen. Der wartet nicht mal einen richtigen Kampf, oder? Während du wartest, kannst du dich verbal an diesen Idioten auslassen. Hey, der muss ja überrechnen. Ganz kurz, ganz kurz, ruhig. Hoppen. Ja, aber der kommt da oben nicht rein. Normaler ist es nicht. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Der Kampf ist bereit. Der ist der O-Mann an einem Zug sagt, der ist raus, der ist raus, oder? Wenn du diesen Kassel gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war es das. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Ja genau, jetzt übelst du. Zurück zur Basis. Dein Team kann dich noch freikaufen, wenn es genug Geld hat. Das ist ja kein guter Ort. Und jetzt? Ja, hüttern euch ab dann. Okay. Ich bin ich. Ja. Das ist Wahnsinn, dass er für meinen Krieg an die Kugel kommt. Naja. Du kannst mal schon mal, wo der nächste Stuhl ist. Ja. Versorgung, was das passiert, wird markiert. Bei der Seite. Wegpunkt-Koordinaten bestätigen. Da müssen wir mit dem Maus. Ja, auf jeden Fall Kisten. Wegpunkt. Pfingpunkt bis zum Betzacht. Auf Barsch, nicht bis zum Betzacht. Road schon oderが? Drob oder greck? Drob, aber nur gut. Okay, ich hab die Kuhle längst zusammen. Glückwunsch. Einmal gleich da, oder? Schnellweg. Markiere Wegpunkt, Koordinat. Zeige Wegpunkt an. Markiere Sturmgewehr. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Okay. Wegpunkt Koordinaten beschrieben. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Freut sich. Bist du hinter, Emil, oder? Weil da waren ja vorher hinten. Machen wir hinter, schauen. Ich muss mal schauen, wie ich da aufs Toch kommt. Die sortieren, wie ich da aufs Toch kommt. Sollen wir uns den Loot Club, oder bevor wir noch ewig da rumhandeln? Eine Kiste. Ja, Sniper. Aber Gegner, der Swinger. Ja, so ja. Ja, du weißt nicht, wo die sind. Die erste Bedrohung wird. Kommt näher. Duper trooper. Und jetzt? Die Bedrohung ist weiter weg. Die Amerikaner wissen, wo die Gegner sind. Damit die mal einen Notdruck kommt. Das Gas kommt! Matsch, willst du hier noch einen holen? Nur Küsten. Das wollen wir uns dann oben auf dem Ding sein. Hinten. Mit dem Kamino. Ich werde beschotten! Wir legen dir die Sicherheitszone auf. Bis den feindlichen Verfolgern hat kommen! Gute Arbeit! Da hat er den mehr Schützen. Die Reizsäcke haben mich im Visier. Die sind zu dritt. Zwei sind am Fenster gewesen und ohne auf mich umgerotzt. Vor der anderen Seite. Nein, den können wir nicht holen. Die hat einem Sniper alles Mögliche dabei. Ha, fuck. Sie feuern aus alten Rohren auf mich! Ja, vor dem müssen wir uns kommen. Ja, vor dem müssen wir uns kommen. Ja, vor dem müssen wir uns los. Die müssen ja zu uns kommen. Was steht da oben? Feuere Panzer, links unten. Sehr gut. Das hast du gebraucht, oder? Ja. Alles gebraucht. Eifische Taune über uns! Nein, hab ich nicht gehabt. Ja! Komm, wir ziehen uns bis hin. Da gehen wir hin! Das ist die Frage. Irgendwo wo wir die abfangen können? Also hier. zielpunkt markiert feind hat eine verbesserte drohne gestartet wir sind ungeschützt die pfanzerungsküste unten ist noch geld vielleicht sollten wir einfach nur noch ich denke wir sollen zum nächsten shop und sind wo ist er oder markiere vorratsstation das ist das uns gehen ich war die anderen hinter uns geschossen könnte sogar fast job sein wegpunkt koordinaten bestätigen ja doch man irgendwie lachst du mir immer stimmt jetzt wenn man immer zum shop gewalt ist das ist bestimmt nicht lassen weitergehen wirst du du musst aufpassen ziele auf die geld von oben und vorrücken zu meinem wegpunkt händler markiert der ist nicht besser der ist eher schlechter zeige wegpunkt an zeige wegpunkt an ziel identifiziert alle verbündeten sind in der sicherheitszone geld gesichtet und dann kommen wir dann das geld doch Der Kiste ist vergessen. Wegpunkt Koordinaten bestätigt. Verbündete Ausrüstungbieterung unterwegs. Schon noch was gehabt, oder? Jo, ein Klasse. Wo gehen wir hin, ist die Frage. Auf jeden Fall weg von da, oder? Ja. Schaut in die Zone. Wieder den Berg hoch, gehen wir wieder den Berg hoch. Ja, gehen wir mal. Oder warten wir da unten. Oder gehen wir da weiter vor, irgendwo. Da so. Wegpunkt Koordinaten bestätigen. Hier werden wir einen Zuschauer verloren. Das war ich, ich muss rausgeben, wenn mir lag es sonst ein bisschen. Also, ich mache es nämlich so, dass ich mit LTE nenne, was? Ja. Ich habe ein sauerhaftes Daumen-Ding. Du stellst mich nicht so an. Da ist die DMR-14, okay. Schauen wir sie mal. Und die Mac-10. Da unten ist eine, wenn du das willst. Ich habe hier eine Maschinenpistole. Ich habe auch eine dabei. Aber ich denke, wir müssen mit der die ausgerüstet werden. Aber das ist nicht so. Das ist immer nur die erste hier unten. Doch. Doch. Das kommt von hinten. Oder? Doch, doch. Gula gibt die Kraft, das ist ein Gula. Ja. Da ist immer Schmau. Da hinten müssen wir hier gucken. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Da geht es hinter uns. Bann ja? Da geht es hinter uns, bann ja. Stuhlen? Nein, ich sehe nix her, nix. Weder noch nichts da. markiere vorratsstation durch die heiße oder mit gas damit da gehen wir langsam und leise suchen wir die sicherheitszone auf wegpunkt koordinaten bestätigen feind gesichtet das weg über uns ein stück weiter ok Gasmaske ist vorgelassen. Hübsch, ach so scheiße. 38 Meter, 38 Meter, Daniel Bordel hat es so eine Granate. Mich hat es erwischt. Kau auf, Kau auf. Puschen, Puschen, wir müssen nur mit. Betäubungsgranate geworfen. Wer hat das? Granate. Nachbracht. Das ist nur da, oder? Das ist nicht selbst der Rifle, oder? Nein, den Zipati ist irgendwo. Den Zipati ist irgendwo, ja. Zeige Wegpunkt an. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitsschuldigung verlegt. Wie geht's dann? Jetzt haben wir es jetzt klees. Geiler Hund. Alter, komm mal raus. Dankeschön. Wie geht's dir? Geht's super. Deine Ausrüstungslieferung. Wo muss man überhaupt ziehen? Oh, das ist ein ganz schönes Stück. Leck mich am Arsch. Richtig offen fehlt. Lass uns weiter gehen, oder? Ja, schauen wir mal ein bisschen den Berg nach. Dick aber kann. Geh. Hier links, Dixi. Pass auf, Dick. Geht mal ein Kehrer, oder? Oder ich nachher falsch hinwürde. Ich habe mich getäuscht. Das Gas nähert sich dir. Der kommt aber richtig schnell. Oh, ist es schnell. Oh, richtig schnell. Suchen wir die Sicherheitszone auf. Links. Der wird auch von rechts beschossen. Ziel bestätigt. Zweite Team. Wann habe ich einen Club? Alle da. Fabrizio, rechts. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Nichts in Drift. Zummer Shitbrake. Augen, anderen. Und... Oh, 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 hinter mir. Hinter mir, hinter mir. Komm rein. Herr Soomen. Hinter mir, hart. Herr Soomen. Und er down. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Oben, 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 oben am Zaun, oben am Zaun. Ich bin hier unter Beschuss. Bisschen nimmer. Bisschen nimmer. Verlaufte. Wann laufen? Na? Einer verifiziert. Wir kommen bei rechts rüber. Halt, halt. Der Klappterschlag im Anflug. Entdeckung. ground, paar mal. Vier die Sicherheitszone auf. Ich habe keine Schilder mehr. Hast du kein Ding? Ah, warte, ein Ding ist bestimmt. Drops. Hast du noch eins? Ja. Hast du Muni? Passt, habe ich. Sechs. Vier Gegner noch. Oh, sorry. Oben am Gehügel. Zübring. Entschirfen. Wunder Weg. Da ist Baka. 101. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Wunder. Vorrücken zu meinem Wegpunkt. Wir sind gut in der Zone, die müssen kommen. Der ist da hinten. Der ist da hinten. Der ist da hinten. Markiere Wegpunkt-Koordinaten. Zwei gegen ein. Der ist da hinten in der Wügel gebracht. Vergesst das. Wunder Pro. Dann passt er durch hier. Saus. Erste Runde. Erstes Glück, Alter. Doch. Ja. Ja. Geiler Scheiß. Aber dann mal ganz der Engel. Wir haben uns so viel wegsleit. Ja, Freunde. Wir haben uns so vom Gießen aufgetreten. Ja, die... Nice. Danke für den Voller. Das erste Mal dürfen wir zwei Winz hintereinander halten. Nicht hier, oder insgesamt. Oh, 12 Kills schon, ja. Passt. Nicht schlecht. Gut los. Ja, die habe ich wegschnipet.